Boozhoo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Dark of Pictures Man of Medan. Okay Leute bitte nicht wundern, weil mein Headset ist ein bisschen zerstört, also kaputt. Also ich gebe mein Bestes, dass man mich noch hören könnte. Also dass hier meine Stimme noch hören könnt. Ja, ich gebe wirklich mein Bestes. Ja, wo wir stehen geblieben sind, also wir sind jetzt auf einem Schiff, also auf einem Boot, in das offener Meer. Wir haben ja die fünf Leute ja jetzt gekannt und einen kenne ich, den Weißen hier. Und ja, wo wir jetzt sind, wir sind jetzt auf einem See, also auf ein großes Meer in französisch Polynesien. Und wir wollen ja tauchen. Und wir haben was entdeckt und was es genau ist, erfahren wir jetzt. Die Öffnung können wir rein. Ah. Okay, nichts. Hey, hey. Hey Süßer. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Okay. 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 Ah. Okay. Was ist das? Nein! Der auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der bezeichnete Kategorie anzuleiten. Genehmigung durch die Divemaster-Föderation. Sieht nicht koscher aus. Koscher? Ah. Cool. Ich glaube Julia hat echt alles eingepackt. Parfum. Man kann den Preis echt riechen, aber ihr gefällt's. Ein Buch. Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Einfühlser, mach dir keine Sorgen. Hey. Gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruhe dich aus. Komm einfach nach. Okay. Nein! Runter mit dir, Idiot! Was haben wir denn hier? Ah. Vorahnung vergeschaltet. Ein Vorahnung. Okay. Wir wissen jetzt Bescheid. Nein, haben wir schon. Nein. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Sorry wegen vorhin. Ein Nagisch. Fliss. Wir haben eine Menge für diesen Tauchgang bezahlt. Genau an dieser Stelle. Immer wenn ich Leute wie euch rausfahre, passiert dasselbe. Keinen Respekt vor den Bräuchen anderer. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Selbstsicher. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahr. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Schreibt lustig, ähm... Wer weiß davon? Komm schon. Hier ist sonst niemand. Wen stört's? Unsere Route ist im Hafen hinterlegt. Wenn jemand sieht, dass Taucher am Brack waren, haben sie uns direkt in Verdacht. Erst recht, wenn kleine Souvenirs online auftauchen. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln. Und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Ja, ja. Unhöflich, ey. Ich mag die ehrlich gesagt gar nicht. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Mh. Komm, nehmen. Das hab ich schon benutzt. Aha. Schon mal benutzt? Und vergesst bitte die Regeln nicht. Nehmen. Du filmst. Ich sag, wo's lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. ... Das war's. Hoppla. Alles gut? Mehr oder weniger? Ein Hai! Wow. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Punkt. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eda, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier? Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier? Nein. Alles fit, Chefsjunge? Immer noch nein. Dein Spendabler, gutaussehender Kunde, bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräune hier genießen zu dürfen. Äh. Entspannt. Klar. Warum nicht? Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Kleinlaut. Lange Geschichte. Das ist kompliziert und wirklich schwer zu erklären. Ich bin ein komplizierter Kerl. Nur zu. Tja, da geht's um jede Menge Lauferei zur Bank. Und Unterschriften für Dokumente mit jeder Menge Nullen draus. Es ging um einen Kredit? Du bist klüger, als du aussiehst. Vielleicht könnte meine Familie in dein Geschäft investieren. Nett von dir. Das ist ein sehr nettes Angebot. Ich schätze, darüber können wir reden. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Wetter ist gut. Hm. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Oh oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Hm. So, was sagt sie dazu? Hm. Ja, nichts. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Ähm. Du bist ein einfühlsam. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu? Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Besorgt. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Neugierig? Kannst du gut mit deinem Bruder? Schon mein ganzes Leben. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Ha. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Ah, jetzt kann ich auch einmal rein. Ah, was ist da drin? Ah, eine... Eine Vorordnung. Nichts wie weg. Okay, das könnte es aber lesen. Ah. Boah, alter. 8500 Dollar. In eurer Unberechtigung wird das jetzt viel mehr sein, ey. Wie ist das? . Wie ist das? Wie ist das? so okay weiter geht's okay nicht ja geht doch entspannt neugierig und du steckst hier fest ganz allein hey ich dachte warum da unten im dunkeln rumstrampeln wenn die aussicht hier so gut ist niedlich niedlich was wollen sie es ist nicht die küstenwache ein boot der küstenwache wir gehen nicht in den knast was machen wir jetzt das ist seltsam komisch sei einfach still und sagt nichts dummes okay besorgt nicht so nah ran leute wir haben taucher im wasser das boot ist kaputt siehst du unser boot das regeln wir schon man ist kein problem was meinst du würden zehn mäuse reichen mein fehler sagen jetzt 20 oh meinst du doch eher 30 kriege ich noch hin okay jungs ihr könnt echt gut feilschen schon gut hier nehmt einfach den ganzen post vollidiot nehmt einfach Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich? Beim Heckgeschütz. Hm, gut gemacht, Conny. Julia, Wrack im Südpazifik. Pazifik. Du, da kommen wir durch. Hey, Vorsicht. Kann gefährlich sein. Äh, Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alec. Wir haben's geschafft. Ist doch unglaublich. Okay. Haben wir gesehen. Julia, stopp. Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Riskiere mal was. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Ich riskiere mal was. Riskiere mal was, Feigling. Oh, scheiße. Ein Tittenfisch. Ein Tittenfisch. Ich weiß, was ich tue, okay? Ich weiß, was ich tue, okay? Ich brauche keine Hilfe. Suche läuft. Durchsuchtes Gebiet. Eins sauber. Zwei sauber. Drei sauber. Das war ein Rettungsflugzeug. Seenotrettung. Auf einer US-Basis. Flugplan. Einsatz. Einsatz. Sichtflug. Suchtmission. Okay. Das war eine Rettungsmission. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob Sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott. Oh. Ich denke, Sie wussten um Ihr Ende. Er hält was fest? Okay. Was war das? Sehen wir nach. Ja. Ja. Ich hätte mich fast vollgewinkelt. Doch schön warm. Yeah. Ja. 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 Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja, ja, ja. Julia. Ja. Kommt. Pass sonst einfach nichts mehr an. Klar? Ja. 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 Wir müssen hier raus. Jetzt! Hai? Jetzt noch Haie? Komm her, du Hai! Das ist ein grauer Riff, Hai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Äh, okay. Ich, äh... Was machst du? Warum das Gezappel? Äh, ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt ist es gerade schlecht. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nichts. Nur der Gedanke an einen grausamen und sinnlosen Tod hat mich doch etwas mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Im Ernst, was ist los? Hey, im Ernst. Was ist los? Nichts. Klar, aber ich mach mir Sorgen. Nur, vergiss es. Hätte nichts sagen sollen. Komm schon. Wir müssen jetzt echt nach oben. Fliss, hier Julia. Wir kommen raus. Over. Hey, wo kommt das andere Boden her? Warte. Julia. Er ist die Dekompression. Hey. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte. Die Dekompression. Wer hängstig? Mein Bruder ist da oben. Sorry. Tut mir leid. Mein Bruder ist da oben. Julia. Sei nicht blöd. Du musst ein paar Sekunden warten. Scheiße. Ich geh hoch. Scheiße. Ich geh hoch. Hey, was zum Teufel ist hier los? Äh. Hey, JJ. Keine Panik. Wir hatten einen, äh, Unfall. Mit dem Griff. Ich sah aus, als wäre das Boot explodiert. Warum bezahlst du das mehr? Und, warum bezahlst du das mehr? Ein paar Fischer hatten einen Schaden an ihrem Boot. Sie hingen in der Taufleine. Ach, so war das. Genau. Und Botschafter Conrad hielt es für schlauer, sein Geld wegzuwerfen, als ihnen den Schaden zu bezahlen. Du blöder Arsch. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Nee. Wie schlimm. Äh. Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wolle mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark. Direkt. Und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Schar. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen. Sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Schreibt mal so Leute, auch wenn ich Fehler gemacht habe, einfach weitermachen. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Bräh. Das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Ernst. Alex, du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße 50. Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Nichts ist. Alles gut. Blödsinn. Du bist Mr. Melancholisch höchstpersönlich. Julia? Bist du glücklich? Entspannt? Optimistisch. Optimistisch. Fragend. Fragend. Okay. Okay. Woher kommt diese Eingebung? Weiß nicht. Mir geht's halt gut. Weißt du, wo die anderen sind? Ich geh sie holen. Chill doch so lange. Hey. Mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Äh, nein. Ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Entschuldigung, mein Bruder. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier. Wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay. Warte bis... Warte mal kurz. Mutig, loyal, reserviert, toll kühlen. Oh, die gefällt mir. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. War wohl in der Mitte. Aha. Okay. Okay. Bin dabei. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Äh, ich such dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau, hier. Hey, immer langsam. Ähm, wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Alex, ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, ähm, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Oh, oh, ja. Äh, Dekompressionskrankheit. Marit. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheit. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut, oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Vorsichtig. Ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Okay, Leute. Hört mal her. Manchurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Käpt'n, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Erst hab ich den Flugplan in nem Rohr gefunden. Und da stand, dass das ein Rettungsflieger von einer US-Basis in der Nähe war. Und das ganze Ding war voller Rettungsflöße. Aber eins hat gefehlt, das war seltsam. Nach dem Krieg benutzt man Langstreckenbomber als Rettungsflugzeug. Sehr erfinderisch. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach, komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt. Ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So hab ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Ja, genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon. Aber weißt du, keine, wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Lass hören. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay. Los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun. Bei den Docks hab ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll. Isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebenlegen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schlurzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Amüsiert. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Bindung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Igitt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Coole Story. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Äh, nein, 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 nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heuern geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt deine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, man. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Ja, ich trinke zwar auch Bier, also nur Radler, aber pfff. Erstmals auch geil. Sinnlos. Okay, Leute, da würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir unten auch einen Kommentar hinterlassen. Ich würde das mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, da würde ich mal sagen, Oruba, Ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, Tschüss.